Einen wunderschönen guten Morgen und ich hab keinen Timer gestellt. Arschlecken hier. Zu... Spooky... Ich hab den Namen immer noch nicht drauf. Wie heißt dat? Das Spiel? Spookys House of Jumpscares. Hab ich doch gesagt. Das nicht. Doch, doch. So, mit... Aua! 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 Hahahaha! Mit der krampfhabenden Claire. Aua. Mein Kater hat sich in mein Knie gekrallt. Hallo? Noch schlimmer. Der Fenster hat auf meinem Schuh. So, ich wollte das eigentlich so belassen, aber Claire steht nun hinter mir mit der Peitsche in der Hand. Lacken Bläder. Biss, Busschläger. Oh, ist ja noch schlimmer. Und sagt, du nimmst das jetzt auf. Ja. Die Animation, die hab ich schon wieder ganz verdrängt. Ich hasse das... Ich muss aber an meiner Maus schneller machen. So, jetzt geht's. Hast du noch einen Raum geschafft? Ja. Zweiten Raum geschafft. Wir können schon wieder Schluss machen. Was? Mhm. Nicht? Hm? Weil ich hab gesehen, was... 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 Also so'n bisschen... was mich so'n bisschen... Lockt. Dankeschön. Was mich so'n bisschen erwartet. Spoiler. Aber alles weiß ich bei weitem noch nicht. Na... Ja. Ganz ehrlich, bei solchen Horror-Games... Spoiler. Ich mis... Gerne. Na gut, bei mir war's ja genauso. Weil ich ja... ähm... das Schlitz-Play von Black Binks angeschaut habe. Toll, jetzt muss ich den verlinken. Äh... Hehe. Hehehe. Toll. Ein... Ich hab ja gesehen, dass du das auch schaust, also... Für dich mal gegrüßt. Hallo, Blacky! Hehehe. Ja, genau so. Weißt du, und ich winke auch noch. Ja, ich denke mir so, ich hab ja da gar keine... Ich hab gar keine Cam. Stimmt, einer hat ja gesagt, ich soll Cam anmachen. Ach, fuck, naja, ist egal. Ah, nächsten Part nochmal morschen. Machen wir mal, ja. Jetzt ist es zu spät. Ja, nee, jetzt mach ich auch nicht mehr. Also, das ist... Das ist auch ein bisschen mehr Arbeit, mit Cam und alles reinzumachen und... Och, Gott, ich geh nicht dir was vor, ja. Ich bin müde. Ich hasse das. Was ist das denn jetzt? Äh... Wo bin ich jetzt? Ich weiß nicht, was du siehst. Silent Hill? Jetzt weiß ich, was du siehst. So viele Türen. Ich geh in keiner Tür rein. Da passiert nix, keine Sorge. Ja, natürlich. Jetzt ist alles so christlich und... Christlich, sagst du. So... Boah, jetzt hab ich mich vor der Tür erschreckt. Toll, weißt du, ich renne einfach nur geradeaus. Dass hier auf einmal was Großes zu mich kommt. Oh, Alter. Das geht ja schon mal gut los, ey. Wer ist das? Das ist ne Puppe. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Ne Puppe? Was war das? Boah, fuck, was ist das jetzt? Hä? Warum ist das alles so blutig? Ach, okay. Ach, du bist durchgerannt. Ja, ich bin... Was denkst du denn? Wieso? Was ist das? Ja, also ein Vieh ist hinter dir her und sein Effekt ist, dass er die Räume so gesagt so schwammig machen kann. Ach, dieses komische Puppenvieh da, was ich gesehen hab. Nein, 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 nein. Ach, nein, das ist wieder ganz anders. Nein. Spoiler nicht. Ne, ich mein ja, was ich hier jetzt gerade gesehen hab, vor meinen Augen hier. Im Spiel gerade eben. Da kam von links so ne Puppengeschleit. Ja, das ist ja nichts. Wofür alles so schwammig zum... Alter, kriege ich ein Stück fürs Leben, ey. Ja, meine Internetverbindung ist so schön, dass ich nicht zuschauen kann. Seid froh. Äh. Wah, das ist alles so schwammig und... Bah! Puppgeist? Ja. Aber weißt du das? Sie schaut nicht zu. Ob sie zuschaut? Nein. Du machst immer so komische Geräusche, wenn du dich erschreckst. Ja, aber weißt du, dass es der Puppgeist war? Weil du das schon mal im letzten Part gemacht hast. Echt? Ja, ich weiß es ja. Es war ein Baumstamm, glaube ich. Da hast du nö, 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 nö. Ach, weil es jetzt gerade hinter mir her ist. Ja, das kann dich nicht killen. Also, wenn sie es nicht gefixt haben. Ja, ich seh es auch nicht hinter mir, aber ich gucke auch nicht zurück. Aber, ja. Aber so in Anführungsstrichen, wenn es dich killt, dann bist du in irgendeinen Raum. Aber ich weiß halt nicht welchen. Es kann dich, glaube ich, nach vorne oder zurück teleportieren. Und ich weiß es nicht. Auf alle Fälle ist das so. Boah. Fuck. Jetzt hab ich mich komplett verrannt hier. Ich bin da sehr lang. Ich seh nichts. Kann das hier auch mal aufhören? Gibt es hier auch irgendwo mal ein Ende? Ja, wenn die Räume normal sind. Hü-hü. Ob ist eine große Hilfe? Immer wieder gerne. Mach 10 Euro. Mach Videos, dann verziehst du dein eigenes Zeug. Hallo? Ja? Nein, man soll das ja aus Spaß machen und nicht mit der Voraussetzung. Also, ich mach das nur mit dem Geld. Ja, das ist typisch. Das ist, das ist, ja. Spaß hab ich hier keinen. Nee, das heißt also, nee. Nee. Nur Geld. Nee, es geht nicht. Richtig. Geld. Geld. Klicks. Abonnenten. Das ist das, was zählt. Und immer die Zuschauer sagen, ja, hier, liken. Alles liken, liken, kommentieren, teilen, favorisieren. Genau, richtig. Und am besten nie mit den Zuschauern schreiben oder so. Komplett ignorieren. Ich bin zu assi. Ich hab keinen Buggy-Raum, aber ist egal. Nee, ich mag sowas nicht. Man sollte schon mit den Zuschauern aufreden. Finde ich zumindest. Genau. Aber die meisten senden ja so, ja, ich mach doch Let's Plays für Tito 3 doch. So senden das leider die meisten. Also. Ja, das ist traurig. Ich find das schade. Ich nenne auch keine Namen oder irgendwie sowas. Das ist, das ist, äh... Ja. Muss nicht sein, aber es ist halt, äh... Ja. Naja, es ist... Ich hab das von Bruga und Luna gelernt. Das, äh, mit Community... Interagieren und so weiter und so fort. Ja, ich find das auch schön. Ich find das total klasse. Ja, ne, es ist... Weil ohne die, bzw. ohne euch... Ohne die... Ohne die, weißt du, das ist doch... Äh, ohne euch, äh... Ne? Bin ich ja nicht. Awww. Also es ist so an wie ich so forever alone. Vergiss, was ich sagte. Ne, bei mir war es ja eigentlich so... Am... Bisschen am Rennen, gell? Ich, ja... Und ja, okay. Ähm... Er hatte ja damals... Bevor ich angefangen hab, aufzunehmen, hatte ich ja... Ne Community gehabt. Im Forum. Ich sag jetzt aber auch da kein... Also welches Forum es war, sag ich jetzt nicht. Waren aber schon aktive Leute. Es waren... Oh Gott, wie viel? Jetzt muss ich grob rechnen. Äh... Ich glaub so... Zehn bis 50.000 Leute. Okay. Aber die... Das war halt... Wir waren eher so gesagt... Ja, Forum. So gesagt Moderator. Wir waren halt die Bösen, die dann die User so bestraft haben. Aber andere sparen, bla bla bla. Oder halt unterstützt haben bei Problemen, dies und das. Aber es war halt schön, man hatte so... Aber seine Community gehabt. Man konnte... Im Forum hat man mit denen... Gespammt, also im Spam-Bereich und diesen, das und jenes. Im... Im Chat-Hammer... Hups, uns auch. Ja. Der Raum 250. Ah, mach weiter. Ein Geschenk. Ja. Hm, hab ich kaputtst? Was war noch? Bin ich schon so lange hier? Was ist denn los? Hm. Das Bild kommt mir aber gar nicht vor. Na, ein Geschenk. Was ist denn da drin? Hm. Hm. I look behind you. Oh, pfff. Was das? Wie? Toll. Hm. Tolle Überraschung. Echt. Wow. Ich bin begeistert. Wow. Das beste Geschenk seit Jahren. Ich hab mich da voll erschrocken. Ja, nee. Passwort Pumpkin. Brauchen wir das? Nee, brauchst du nicht. Okay. Gut. Dann, äh, ja. Bei welcher Zeit sind wir? Zehn Minuten? Ja, mach noch 50. Seht ihr das? Seht ihr das? Sowas kenn ich. Toll. Mach noch 50 Räume. Ich spiel's ja nicht. Ich hab schon. Ich hab schon. Du wolltest weiter erzählen. Ja, ja, das war... Ich war ja jetzt im Forum und dann haben wir uns ja auch im Chat dann und Blödsinn gemacht rumgealbert und dann, als ich ja seit... Darf ich nicht lügen. Wie lange bin ich jetzt raus? Seit zwei Jahren bin ich da jetzt weg und mir fehlt einfach diese Community einfach, dieses zusammen unterhalten, dieses zusammen Blödsinn machen, sag ich mal. Mir fehlt sowas. Und deswegen... Und das war einerseits ja auch ein Hobby, so nach der Arbeit. Ja, ich hab ja immer Spätschicht und, äh, ich mein so ab... Ich bin so 22 Uhr, sag ich mal, so zu Hause und da ist ja nicht wirklich was los, weil die meisten meiner Freunde, die haben halt Frühschicht. Da sind sie schon im Bett. Und ja, da habe ich schon lange überlegt, gab, machst du jetzt, äh, nimm sie jetzt auf, weil ich... Und da ist ein Puffer, ne, eine Spinn. Ach, eine Spinn, ach, Klicky. Ah, I think this is my last note. I'm going to die, having never found my escape, but really that's not true. This place was like my escape, my escape from everything else. In the end, my death is kind of romantic. What the fuck? Aha. Ja, ich bin mir auch. Alter. Ja, und das hat mir ein bisschen gefehlt und jetzt bin ich schon froh, dass ich so, sag ich mal, meine Handvoll Leute habe, mit denen ich mal schreiben kann. Ja, das macht auch... Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es macht mehr Spaß, ja. Ja. Wenn man eben, äh, die Kommentare liest und das Ganze, dass man auch wirklich sieht, okay, es schauen, Leute. Richtig. Und so ist es für dich halt schön. Ja. Das wird aber immer mal mehr und mehr und mehr und irgendwann werde ich auch, äh, dort ankommen, wo ich es gar nicht mehr schreiben kann. Oder halt selten antworten kann. Mhm. Das, das wird kommen. Das kann ich auch jetzt schon sagen. Weil, es wird ja immer stressiger. Haha. Eigentlich wollte ich schon vor einem Jahr anfangen, weil, auf das, sag ich mal, Spiele aufnehmen, ist ja eigentlich ein damaliger, Gameplayer schuld. Ich weiß jetzt nicht, er hat aufgehört, aber den brauchst du ja eigentlich nicht zu verlegen. Ich sag jetzt einfach mal den Namen, vielleicht kennen ja einige von deinen Leuten, den, der heißt, Krantelbart. hat er aufgehört und ich hab mit dem auch zusammen gezockt gehabt und, ja, eigentlich durch ihn, ein Jahr später, ich dann angefangen, aufzunehmen. Ja, ist ja auch richtig so. Weil, in dem Sinne, wir, wir fangen ja alle als Zuschauer an und dann macht man ja selber. So gesagt. Ja, allerdings. Allerdings. Man kann ja wirklich sagen, also jeder Dritte ist ja jetzt, sag ich mal in Anführungsstrichen, Let's Player. Ja, kann man so sagen, ja. Aber ich find's halt doof, also ich, ich schimpfe mich ja selber nicht als Let's Playerin oder Gameplayerin, einfach so, ich bin halt eine Zockerin, sag ich immer dazu. Ja, das sehe ich auch nicht als Let's Player. Weil ich finde, ähm, meiner Ansicht nach, man kann sich erst als Let's Player, sag ich mal, bezeichnen, wenn er über 1000 Videos hat. Ist meiner Meinung, ist meine Meinung, über 1000 Videos. Du kannst jetzt nicht anfangen, so 18 Videos, ich nenn mich, äh, BlaBlaLP. Oder wie, nachdem, wie die alle da heißen. Und das find ich, weiß nicht. Deswegen. So, ähm, ich muss mal ganz kurz stören, aber ich hab hier gerade einen Raum gefunden. Hm, ich hab hier einen Ventilator. Und schon. Ja, nimm doch ab. Hallo. Hallo, ja, hallo, hallo. Hallo, ja, hallo, hallo. Lol? Einfach nur hello, hallo. Hm, hello, ähm, erinnert sich das anders? Ich weiß nicht, oh, wenn du direkt in die Fan schauen willst, ähm, ja, hallo, ähm, hallo. Ich weiß nicht, ob du direkt in die Fan schauen willst, ähm, ja, hallo, 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 hallo? 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 Also wenn ich, also, hallo? hallo? Stuhl. Ja, halt mal die Klappe, du, du, Telefon da. So, links und rechts Gänge. hallo? 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 looool? Ihr kommt aber nicht der gleiche, wie heißen die? Nein, 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 hab ich auch erst gedacht. Ja, man muss ja fragen, ne? Ach, blöder Geist, mein verdammt nochmal, ein Klapp. Graue Haare, ohne Witz. Ich bin müde, ich bin die ganze Zeit am Kacke lagern hier irgendwie. Ich leg mich auch gleich hin. Nö, wieso Kacke lagern, man, das ist doch, das lenkt wenigstens ab. Ja. Ja, ich mein, wenn ich müde bin, dann muss ich mich wach halten, dann bin ich nur noch am reden, sagt es? Ah. Irgendwas ist hinter mir, aber ich hab... Och, nicht schon wieder der... Schleimi? Ne, Oh, sorry. Dieser, dieser, ähm... Räumliche Typ. Räumliche Typ, ja. Tine Wittler. Ja. So, Raum 300, hier liegt ein Skelett. Ich gucke sowas gerne, gell? Äh, ja, warum nicht? Warum liegt hier ein Skelett? Äh, keine Ahnung. Macht das was? Nö. Ja, zum Glück. Speichere vorher, bevor der Totenschädel wiederkommt. Ja, ich hab, ich hab gerade gespeichert. Alter, weil das 16 Minuten, passt doch eigentlich gerade. Ja, das passt. Das ist doch ein schöner, knackiger Bart. Ja, der ist noch knackig wegen dir. So, ähm. Oh, oh, oh. So, ich würde sagen, ich mache hier Pause, bevor hier wieder was passiert. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Kommentikrunde und Spaß dabei haben und abonnen und favorisieren und dann das ganze Zeug. Und teilen und überall bei Facebook und bei Twitter und was weiß ich, wo ihr seid. Ja, Instagram gibt's auch. Überall teilen, ja. Genau, und Instagram und, hast du nicht gesehen? Und scheiß, die war dann überall. Pass auf, das Beste kommt ja noch. Ich habe einen Spenden-Button, da könnt ihr auch noch alles machen. Gebt mir alles, was ihr habt. Aua. Wir sind so assi, ey, Alter. Das ist nur aufziehen, würde ich sagen. Ja, ist halt. Ein Statement gegenüber solchen Fickfehlern. Meine Meinung. Wie dem auch sei, wir sehen uns dann also. Bis dahin. Out therein. Tschüss.